Die Finanzkrise setzt auch die Großkanzleien unter Druck, denn die finanzstarke Mandantschaft hatte bislang großzügig auf die Stundensätze der Rechtsanwälte geschaut. Damit ist es jetzt scheinbar vorbei. Großkunden wie Banken oder Industriekonzerne prüfen die Arbeitsbeziehungen mit Kanzleien. Aber auch die kleinen Kanzleien müssen durch Spezialisierung neue Segmente erschließen. Ganz oben stehen hier das Arbeits- und das Markenrecht. Willkommen bei Branchenkompakt, der Audio-Reihe des Infobroker.de Podcast. Heute am 18. August 2011 über die Rechtsanwälte in Deutschland. Am Mikrofon für Sie Michael Klems. Sicherlich kennen Sie den Film »Die Firma mit Tom Cruise« aus dem Jahr 1993. Ein Junganwalt startet in einer Kanzlei und kloppt Stunden ohne Ende. Gerade diese Abrechnungen sind später im Film der Dreh- und Angelpunkt. Die deutschen Großkanzleien stehen aktuell vor der Herausforderung, dass viele Großmandate auf dem Prüfstand stehen. Zum Jahreswechsel hatte die Deutsche Bank alle Rechtsstreitigkeiten ausgelagert. Anwälte als Dienstleister außen, preiswerter und effizienter als die interne Rechtsabteilung? Nicht nur das. Die Unternehmen prüfen die Aufwendungen genau und verstärken das Controlling. Bindungen zu Kanzleien sind keine Partnerschaft mehr auf Lebenszeit. Bei den kleineren Kanzleien bereitet die Gebührenordnung und die Forderung nach einer deutlichen Erhöhung Kopfzerbrechen. Hier treten die Kanzleien mit der Forderung einer linearen Anhebung seit Jahren auf der Stelle. Auch neue Geschäftsfelder wie Internetstreitfälle und Social Media helfen da wenig. Die Rechtsanwaltsbranche in Deutschland in Zahlen Im Jahr 2010 waren rund 153.000 Rechtsanwälte zugelassen. Seit 1980 mit rund 86.000 Anwälten hat sich die Anzahl enorm erhöht. Unter den 153.000 Anwälten befinden sich 38.000 Fachanwälte. Die Hauptbereiche bei den Tätigkeiten nehmen das Arbeitsrecht mit 21,6% und Familienrecht mit 11,1% ein. Weitere nennenswerte Bereiche sind das Steuerrecht, Straf-, Verkehrs-, Miet- und Wohnrecht sowie das Medizinrecht. Zu den Top-Kanzleien in 2009 gehörten Freshfield, Brookhaus-Deringer, Hengeler-Müller, CMS-Hasch-Siegel, Clifford Chance und Linklaters. Trends und Tendenzen für Rechtsanwälte in Deutschland Der Trend der Anwälte geht deutlich in die Spezialisierung. Hier sind Felder wie das Arbeitsrecht, Markenrecht und Vertragsgestaltung die Top-Bereiche bei der Ausrichtung von Anwälten. Besonders lukrativ ist das Markenrecht, da hier von den Unternehmen durch Produktinnovationen immer wieder neue Mandate erfolgen. Im Wettbewerb der Unternehmen und den Herausforderungen durch Globalisierung und Plagiatismus ist hier für Anwälte genügend Streit- und Beratungsfutter zu finden. Die Erfolgsstrategie liegt hier auf klein und spezialisiert. Die Großkanzleien haben derweil mit einem anderen Problem zu kämpfen. Zahlreiche weibliche Anwälte haben aufgrund von Familienplanung, aber auch Belastung den Kanzleien den Rücken gekehrt und haben im öffentlichen Dienst zum Beispiel als Richter oder bei Staatsanwaltschaften begonnen. Wie im Film »Die Firma« sind zudem die Anwälte kaum noch bereit, 80 Stunden die Woche zu arbeiten. Einzelne Großkanzleien beginnen hier mit sozialen Angeboten wie Unternehmenskindergärten, Kompensationen zu schaffen. Für Berufseinsteiger ist immer noch hartes Arbeiten wie im Film »Die Firma« angesagt. Mit einer Spezialisierung können Junganwälte die finanzielle Situation deutlich verbessern. Sie hörten, Kostendruck zwingt Anwälte zum Umdenken in der Audio-Reihe Branchenkompakt. Weitere Informationen und Branchendaten erhalten Sie, wenn Sie auf der infobroker.de-Startseite innerhalb der Suche den Begriff »Rechtsanwalt« eingeben. Das Thema des Beitrages in der kommenden Woche entnehmen Sie wieder bitte ab Montag unserer Facebook-Seite, unseren Blog- und Twitter-Meldungen. Eine grundsätzliche Information wie immer für alle Interessierten an diesem Podcast. Die Audio-Reihe »Branchenkompakt« erscheint immer donnerstags und ist selbstverständlich kostenfrei als MP3-Download oder via iTunes abrufbar. Und auch wie immer wünsche ich Ihnen an dieser Stelle eine gute Zeit und sage bis bald. Michael Klems von infobroker.de EIN Lies EIN 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 Untertitelung des ZDF, 2020